Morgen FlexDoc hier. Wenn ihr noch nie etwas von der M3 Mini Maus... Nein, das ist falsch betont. Nochmal, wenn ihr noch nie etwas von der M3 Mini Maus gehört habt, dann seid ihr sicher nicht alleine. Wenn ihr es für eine neue Gaming Maus von ExtraFi gehalten habt, vermutlich auch nicht. Wenn ihr die Maus permanent M4 genannt habt, in allen Tabellen, mit Testwert, Skripten und Fallnamen, dann seid ihr ein Idiot, so wie ich. Wenn ich also trotzdem noch ab und zu M4 zu der Maus im Video sagen sollte, ich meine die M3 Mini. Los geht's nach dem Intro. Da die M1 von Keychron ziemlicher Sondermüll war, hatten wir nicht sonderlich hohe Erwartungen an die M3 Mini von Keychron. Falls ihr jetzt denkt, macht Keychron überhaupt Gamingmäuse, kann man sie daher überhaupt mit Gamingmäusen vergleichen? Nun ja, ich muss mir schon anhören, dass das Äpfel mit Birnen verglichen wäre, aber wenn man sich die Specs so anschaut. 33,95 Sensor, also der derzeit neuste und auf dem Papier zweitleistungsfähigste Sensor. Huano Switches, ebenfalls sehr beliebt bei Gamingmäusen und auch unser persönlicher Favorit bei mechanischen Switches. Und dann wiegt sie auch nur 57,3 Gramm. Wenn das alles für eine Office-Maus nötig ist, dann weiß ich auch nicht. Was sich nach heutigen Maßstäben dann aber nicht mehr nach Gaming-Maus anhört, ist der Preis. Die M3 Mini ist wireless und kostet trotzdem nur 49 Euro. Mit Versand direkt von Keychron, mit Versandkosten 61,37 oder so. Zur Zeit gibt es sie noch nicht über Amazon oder Max Gaming in Europa, weil das kann sich noch ändern, denn die M1 gibt es ja auch da ebenfalls. Was auch etwas ungewöhnlich ist, ist das Zubehör für die Maus. Der Packung liegen zwei Dongle bei, einer mit USB-C und einer mit USB-A Anschluss. Das ist eine Premiere, ich glaube das hatten wir so noch nicht. Passenderweise liegen auch Adapter für das Ladekabel bei, das USB-C an beiden Enden hat, für alle erdenklichen Anschlussmöglichkeiten. Was nicht beilegt, sind Grip-Tape oder Ersatzgleits. Dafür sind die Gleits mit Folie gesichert, glücklicherweise mit blauer Folie, sodass selbst mir das aufgefallen ist und ich sie direkt abgemacht habe. Und nicht beim Test fluchen zu müssen, wie schlecht die Gleits sind, nur weil noch Folie drauf ist. Wobei ich das dann aber doch gemacht habe, also geflucht, weil die Gleits einfach schlecht sind. Schwarze Plastikgleits à la Zoe oder er noch schlechter schockieren mich immer noch. Hier sieht es so aus, als hätte die Gleitswahl ästhetische Gründe gehabt. Wir haben hier die schwarze Variante. Bei Bildern auf der Webseite konnten wir aber sehen, dass die weiße Version der Maus weiße Füße hat. Da liegt also der Hund im Pfeffer begraben. Das ist der Grund. Mann, Mann, Mann. Bei den Specs alles richtig gemacht und dann sowas. Da es keine passenden Aftermarket-Gleits gibt und je nach Verbreitung der Maus auch nicht geben wird, haben wir kurzerhand G305 PTFE Aftermarket Skates draufgeschmisse. Puh, viel besser. Ich weiß echt nicht, wieso man so etwas 2023 noch machen muss. Aber weiter im Text. Von innen sieht die M3 Mini sehr aufgeräumt aus, sodass es nicht viel Optimierungspotenzial gibt. Gut, spaßeshalber haben wir aber den Diffusor für die LED rausgenommen und da der Akku geklebt ist, auch die Schaumstoffpolsterung für diesen. Es handelt sich um einen recht großen Akku für eine Maus ohne RGB mit 600 mAh. Hier hätte man auch noch einen kleineren Akku einsetzen können, um das Gewicht um weitere 4-5 Gramm oder so zu reduzieren. Aber das haben wir uns mal gespart. Ohne Diffusor und Schaumstoff und mit den kleineren G305 Skates wiegt die M3 Mini dann mit 55,6 Gramm, knapp 2 Gramm weniger. Mit etwas rausschneiden von Plastik, zum Beispiel für die Schaumstoffstütze und einem kleineren Akku, könnte man die Maus mit viel Ehrgeiz auf unter 50 Gramm bringen. Vielleicht machen wir das später noch. Mal sehen. Denn, Spoiler, uns hat die Maus abseits der Gleits an vielen Stellen überaus gut gefallen. Oder, naja, auf jeden Fall an einer Stelle überaus gut gefallen. Zum Sensor braucht man nicht viel zu sagen. Hier fällt die M3 Mini in die Rubrik mit vielen neuen Herstellern, die den G3095 und eine Nordic, Compax oder eben T-Link MCU verwenden. Die Leistung ist da sehr vergleichbar und nichts herausragendes, weder in negativer noch in positiver Sicht. Gleiches gilt für die Gesamtklick-Latenz, die ja nicht nur von der Technik, sondern auch von der Button-Konstruktion abhängig ist. Auch hier gibt sich die M3 Mini keine Blöße. Mit 163 Millisekunden im Human Benchmark-Test liegt sie ungefähr da, wo die meisten anderen Kandidaten auch zur Zeit liegen, die die gleiche Technik verbauen und keine bis kaum Firmware-Optimierungen vornehmen bzw. vornehmen können. Was die Einbindung der Huano Switches über die Main-Button-Konstruktion angeht, so ist auch diese in Ordnung. Es ist in Bezug auf das Klickgefühl nicht die beste Einbindung, aber trotzdem noch okay. Kein Pre-Travel und ausreichend Post-Travel. Für meinen Geschmack könnten die Klicks nur noch etwas leichter sein, aber hier bleibt es ja dabei, die Gaming-Mäuse mit den besten und leichtesten Klicks haben fast immer eine eigene Main-Button-Einbindung in der Oberschale und sind vollkommen unabhängig von der Hauptplatine auf dem Bodenteil, so wie beispielsweise bei Vexi und Logitech-Mäusen. Diese Konstruktion geht dann allerdings meist auf ein deutlich höheres Gewicht. Die G-Pro X vielleicht einmal ausgenommen, aber die ist in der Hinsicht, das muss man leidenschaftslos anerkennen, immer noch das Nonplusultra, was die Innenkonstruktion angeht. So gesehen also alles in Ordnung, aber eben noch nicht der in meinen Augen allerdings nur positivste Punkt, aber zu dem kommen wir am Schluss. Zunächst die Seitentasten. Die vordere hat fast keinen Pre-Travel und ist recht steif. Die hintere hat für meinen Geschmack etwas zu viel Pre-Travel und ist daher etwas weicher. Gerade wer mit dem Daumengelenk diese Taste bedient, wird jetzt nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen, aber unterm Strich ist es noch okay und für den Preis sicher angemessen. Sie klingen aber halt billig und fühlen sich auch so an. Das Scrollrad ist leicht drehbar, hat aber noch ausreichend Taktilität. Der Mausrad-Klick ist im Verhältnis etwas schwer. Uns ist es im Testraum kein einziges Mal passiert, dass beim Drücken versehentlich gedreht wurde, aber ich denke, dass dies doch bei dem einen oder anderen gelegentlich vorkommen kann. Kommen wir jetzt aber zum positiven Punkt, dem Shape. Und den beginnen wir direkt mit etwas Negativen, der Struktur an den Seitenteilen. Okay, das soll die Maus griffiger machen, da das Gehäuse vom Coating bzw. vom Material her, denn Coating hat es nicht, eher glatt ist. Aber erstens erfüllt diese Struktur den Zweck nicht und zweitens stört es nur. Ganz davon abgesehen, dass es billig aussieht und absolut unnötig ist. Ich wäre hier doch stark für glatte Seitenteile mit beigelegten Grips gewesen. So kann sich jeder User das selbst passend machen, ob er mit dem glatten Material klarkommt oder ob er es lieber etwas griffiger mag. Was mir aber persönlich sehr gefällt, ist die Gehäuseform an sich. Die M3 Mini ist nicht einfach ein geklontes S2, XM2 oder FK Shape, sondern etwas eigenes. Mit 190,9 mm recht kurz, an der Griffstelle mit über 58 mm aber recht breit. Somit kann man die Maus auch mit breiten Händen entspannt halten und hat trotzdem genügend Spielraum im Palm für Micro Adjustments. Die M3 Mini ist also für Claw Grip, Fingertipp Grip gleichermaßen geeignet und auch je nach Handgröße für Palm Grip. Auf eine Sache möchten wir aber noch hinweisen. Standardmäßig war bei der M3 Mini die Scroll Richtung vertauscht. Das haben wir so auch noch nicht erlebt. In der Software war dies aber eigentlich richtig angezeigt, nämlich Reverse. Wir haben dann auch Forward geändert, aber ohne dass sich was an der falschen Scroll Richtung geändert hätte. Glücklicherweise haben wir dann nochmal zurück auf Reverse gestellt und dann war es auf einmal richtig. Sehr seltsam. Auch bei der Einstellung der Debounce Time ist das Minus rechts und Plus links, was ich jetzt zumindest nach mitteleuropäischen Gepflogenheiten irgendwie als falschrum empfinde. Aber andere Länder, andere Sitten. Jedenfalls habe ich das erst bei einer Maussoftware vorher so gesehen. Ich glaube, Ajax oder Dragonfly, ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer. Kein Beinbruch, nur etwas seltsam. Was ist also das Fazit zur M3 Mini? Nun ja, durch den guten Sensor, die gute Klicklatenz und das niedrige Gewicht schafft sie es in unsere Top 100 auf zur Zeit Platz 74, glaube ich. Unsere Top-Liste aller getesteten Gaming-Mäuse unterteilt in verschiedenen Rubriken findet ihr verlinkt in der Beschreibung und immer in unserer Kanal-Info. Bei den Nebenschauplätzen, Seitentasten und Scrollrad schwächelt sie im Vergleich zu teureren Mäusen, aber auch im Vergleich zu so manch anderen neuen China-Mäusen von VGN oder Ajax in vergleichbarer Preislage. Insgesamt kann die M3 Mini von der Verarbeitungsqualität nicht mit den zuletzt bei uns getesteten Dragonfly, Ajax oder Vysol-Mäusen mithalten. Sie fällt eher so in die Rubrik Damoshark mit den doch recht scharfkantigen Oberteil- zu Bodenplattenübergängen und so weiter. Trotzdem ist sie durch die Tatsache, dass sie ein sehr eigenes Shape mitbringt und nicht nur einfach ein Finalmouse oder Zoe-Design klont, vielleicht einen Blick wert. Von der Leistung, Gewicht und Shape ist die M3 Mini sehr gut. Wer keinen besonders gesteigerten Wert auf Seitentasten und Scrollrad legt und gewillt ist die Gleits runter zu rupfen und mit einer provisorischen Lösung zu versehen. Und wer der Meinung ist, dass Shape King ist, der kann das Ganze für 49 Euro durchaus mal ausprobieren. Ich hatte auf jeden Fall erstaunlicherweise viel Spaß mit dieser M4, auch wenn das so im Testparcours zunächst nicht danach aussah. In diesem Sinne, FlexDoc over and out. Und wer der Meinung ist,